Ich weiß zwar nicht, warum ich es versuche, aber hey, ich versuch's nochmal mit dem Ranked Morgana. Ähm, die letzten zwei Games konnte ich nicht, was ist jetzt kaputt? Karin, ähm, mit ihr, aber na gut, wir werden's sehen. Ich hab auch jetzt schon wieder diese dumpfe Befürchtung, ich weiß, was passieren wird. Ich kann euch jetzt schon fast versprechen, dass First Blood an Vayne vergeben wird, und weil Sona einem Coup von Thresh nicht, ähm, dodgen kann. Bin mir da relativ sicher, haha, eigentlich, ja. Ähm, ich weiß auch nicht so ganz, dass dieser Galio-Pick da oben soll, aber na gut, das ist Ansichtssache. Ich hoffe, unser Lee ist gut. Äh. Übrigens, ich wurde, wenn ich ab und zu mal leise bin, dann, ähm, ich höre während des Musik, was ihr aber nicht hören solltet, wenn ich hoffe, ich hoffe, ihr solltet das, ihr solltet das nicht hören. Das wäre doch, wenn doch. Ähm. Ja. Nur gut, egal. Mal schauen, ob ich, ob er nie wieder Kennenmitte ist. Ich hätte eigentlich, ja. Wen hätte ich lieber? Ich, ich kann es nicht mal sagen. Ich kann es nicht mal sagen. Wie fange ich jetzt am besten an? Gegen einen Säck. Ah, Säck ist doch doof. Es ist eine Anivia, ne? Anivia hat Skillshots. Deswegen mache ich es mir lieber so. Ich fühle mich, wenn ich mir leise bin. Willkommen zu Summoner's Rift. Ich werde meine Revenge. Ich werde meine Revenge. 30 Sekunden bis die Minions aufhören. Sie werden sterben. Die Minions haben spawned. Ich bin kein Geiger, der nicht mehr Gario spielen kann. Ich fühle meine Angst. 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 Oh, sie will einen auf Aggress... Nein! Warum... Warum machen die ganzen aggressiven Midlaner die ganze Zeit? In letzter Zeit hier. Das ist ja grausam. Das ist ja richtig grausam. Aber sie macht anscheinend nicht weiter. Oder doch? Ach! Come on, are you serious? Bird! Scheiß Dreck, eh! I'll have my revenge! Drecks Vogel. Das gibt's auch nicht, eh! Verkackter Vogel! Ja, und jetzt fehlt's ein Keks! Ja, und jetzt fehlt's ein Keks! Ich weiß noch nicht, wie die drauf ist. Verdammt! Ähhhh... Ehhhh... Ehh... 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 Oh Gott! Dammt! Das wird nichts! Oder doch! Ehh... Ehh... Sohte das werden, Anivia? Ja. Okay. Was für ein Teufel soll das denn, Olivia? Stop that. Please. Stop it. Oh Gott. Das geht's doch nicht. Oh, sie verliert sehr viel mehr Pods als ich gerade. Das ist... So. Ich wollte das Ei weghaben, auch ohne Ignite. Fuck. Jetzt kann's ja natürlich ein bisschen aggressiver werden. Ja, okay. No Flash. Da ist doch kein Blub. Bist du doof? Was ist das denn für ein Idiot? Don't die. Oh, ich wollte gerade sagen. Ah, ne, wir... Noch ein bisschen länger und du bist tot. Entschuldigung, ich... Ich glaub's mir. Ja, das ist schön. Das ist nicht so schön. Noll. Wayne hat nicht mal eine Sister... Der ist auch kein Red. Sag mal, ist der irgendwie blöd? Der will Counter-Jungle und guck nicht mal aus. Seine eigenen... Was zum Teufel ist mit dem falsch? Der wird kein Red sein. Oh, Gott. So, jetzt wird Red da sein. Ich habe meine Revenge. Ich habe meine Revenge. Ich habe meine Revenge. Nyeeeh hehehe nice Ezra was wow this guy feel my pain sharing I'll have my revenge idiot wo ist er nie wieder ich hab Zeta irgendwo gesehen oder ich hab's mir eingebildet dann wär's natürlich jetzt ganz doof von mir weil ich musste ein bisschen im farm vorteil kommen beziehungsweise ich darf ehrlich gesagt eher gesagt darf ich nicht hinterher hängen weil da nie wer kommt mich natürlich jetzt aus mit blue verdammt so 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 Des Weiteren weiß ich noch nicht. Wow. Der Dame. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist so schwer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, goddammit. What the fuck? Got her. Got her. Got her. Was geht mit dem Game hier nicht gerade? Ich war mal so viel besser mit Morgana. So viel besser. So viel besser. Ernsthaft. Leute. Ich war mal so... So viel besser mit Morgana. Ja, lang, lang, lang ist es her. Ich glaube, sie wurde auch irgendwann mal ein bisschen genervt, aber ist auch egal. Es ist allgemein die Spielart, wie ich gerade im Organa spiele. Das war eindeutig mal besser. Ich bin tot. Sie ist tot. Oh, Zack. Ja, jetzt habe ich noch nie wieder auch endlich mal bekommen. Gut. Wollte ich mich versuchen zu kriegen. Hoppala. Ja, Blue wäre nicht schlecht eigentlich. Aber die könnte das extrem... Na, okay. Knapp werden, wollte ich sagen. Du willst doch jetzt nicht meine Geisterheil machen, oder? Och, Anivia. Don't dive, noobs. Don't dive. Don't dive. Oh. Mit B. No. Oh. I need... Oh. Die Ultima-Use ist eigentlich... Ja, lol ist das richtige Wort. Face-Check. Ja, Turritch kann ja auch eben... Ja, mit Musik ist das Ganze doch wunderbar hier. Und da haben wir unser Zonius, bevor wir überhaupt zwei Erboots haben, aber das ist in Ordnung, das passt schon. Galo fühlt sich toll wegen dem Galio-Pick, das ist eigentlich relativ unnötig, um ehrlich zu sein. Oh, verdammt. So doll ist der Galio jetzt nicht. Was macht der da? Oh, verdammt. Nein, nein. Oh, gut. Das war so mein Tod gewesen, genau. Doch, das war so. Ja. es ist es ist es ist es ist eh oh my god kai oh my god 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 so war zu gut warum geht der jetzt hoch so ich weiß nicht ich gehe auf jeden fall zu machen ich fühle mich oh 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 Das ist mein Geheimnis. Ich hab kein Blue. Das suckt doch. Naja, egal. Ähm. Ähm. Noch haben wir das Game aber lange nicht gewonnen. That's the point. Ich hab ihn. Geh, sterben. Meine. Ja genau, lass mich tanken, because I'm the fucking tankiest guy on this fucking planet. God. Don't follow me up, guy. Ach, hab ich nicht gemeint, ich brauch cooldown oder... Ha, stimmt, da war was. Ich brauch cooldown reduction. Ja, anscheinend hab ich Morgana noch nicht ganz verlernt. Das war ja... Annehmbare Spielzüge gerade. Ähm, zumindest waren sie nicht grottenschlecht. Sie waren eigentlich ganz nett. Aber gut. Mal gucken, wie's weiterläuft. Wir haben immer noch nicht gewonnen. Sollte man nie zu früh denken. Ja, Lee, wie oft haben wir dir gesagt, GEB. Nice. Stupid. Not. Not. Without mercy. Pfff, glaubt die das wirklich? Ein Feind hat sich geflogen. Nicht schlafen! Äh, mittlerweile ist Anivia echt schlecht, also... Ich brauch hier nicht mich toll zu fühlen, weil ich Anivia kille, die ist irgendwie... Okay, sie hat mehr Farmen als ich, aber das war's auch. Und das ist... Also Anivia hat immer mehr Farmen. Also wenn Anivia weniger Farmen hat, dann ist es echt vorbei. Dann sollte sie nie wieder in ihrem Leben Anivia spielen. Aber... Na, schade. Ähm... Na, ich würd ungern die Power Tower her pushen. Guys, that's fucking... Trash idea. Hier. Kein Ult hier ab. Nicht... Nichts ergleichen. Brauch ich aber auch nicht! Diesmal jetzt geht's! Der tue wird es... reset den Spiel. Ich hörte es... Kein tray. Kein Ensuite mit einem ... Das blanc ist der Teich. Ja, in eurem daye. Ich winde jamais Topic. Was ist was? Gieß mir auf den Sack. Oh, damn it, Lee. GG, well played. Ja, GG, well played. Morgana auch geschafft, victory.